Die liebenswertesten Menschen schlechthin in Deutschland, von den Sachsen kriegst du allen ein Lächeln, ne? Also von daher... Nimm mal das für normalen... Du Conny, ich habe eine Idee. Lass hören. Wenn wir schon nicht alle zusammen auf dem Leidenhof Prinzenwalzer tanzen können, dann macht das jeder allein und wir filmen das dann. Das ist eine tolle Idee. Und jeder macht das an ganz ausgefallenen Orten. Und dann schneiden wir die Videos zusammen und zeigen der Welt den größten und buntesten Prinzenwalzer. Und dann verbreiten wir es im Internet, auf Facebook, Instagram, Whatsapp und wir laden es noch auf die Seite vom Ski- und Eisfaschen. Das klingt gut. Aber von dem digitalen Sch*** ich habe auch gar keine Ahnung. Tanzen ist okay. Filmen bekomme ich auch noch hin. Aber dann hört es auf. Dann brauchen wir den Dickigigi. Na servus! Also ich erkläre euch jetzt mal, wie das geht. Erstmal filmt ihr euren Tanz. Dann schickt ihr das oder die Videos zum Strassel per Whatsapp. Oder ihr macht das alles gleich fertig und stellt euch zum Tanzen ein Kofferradio daneben. Die Musik findet ihr auf der Internetseite. Und stellt es direkt selber zu Instagram, Facebook oder auf unserer Internetseite. Und so, dann wird das aussehen. Und so, dann wird das aussehen. Dann schickt ihr das aussehen. Dann schickt ihr das aussehen.